So ein Applaus für die Einlauf der Mannschaft, das ist jetzt Napoleon. Die Einlaufbilder werden präsentiert vom Einheimischen Fußballbein, das sind Spieler unserer F-, E- und D-Junoren des Rosenheimer Fußballbeins. Die Einlaufbilder werden präsentiert vom Einnahmehaus im Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das. 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 Wir haben dann zu Hause, typisch die Garage, und die ganzen Geräte stehen voll. Ganz gerade steht voll. Das steht für die Zuhörerzeuger, die Kehrmaschine. Und es gibt einen dieser Euro, unserer sächsischen Produktionsraste, und einen Zusatz gewählt, und zwar in ihrer Wahl im Mindestwert von 4.000 Euro. Das von... Das heißt, man hat mindestens einen Wert von 4.000 Euro, mit dem Wunderschutz, mit dem aktuellen Dynamo. So, wir haben ja mehrere Platzflöte, da haben wir ja wieder was anzunehmen, also Fährmaschine und Balke. Das ist ja das, was man sich dazu ausziehen kann. Wenn du bald draußen wohnst, dann könnte man auswählen, dann möchte ich gerne mal ganz kurz. Und das wäre was. Ich sag mal so, vielleicht 1,5 oder 1,2,1. Weil wäre richtig gut, das würde ich sagen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, nochmal rausstellen, ein Top-Gerät. Das ist ja das, das ist ja das. Oder hast du jemanden gedacht, welcher das uns zahlen kann? So, wir nehmen den Generator. Heiko ist drauf. Du bist ja auch zuhause. Dann hier hat der Generator, kann man starten und dann losgehen. Das funktioniert. Der Generator, der hat die Werte. Und das war es für dich selber, diese verschiedenen, ganzen Seilzugs, typische, große, kleine, und so. Und hier haben wir natürlich. Bei 1. Bei 1 Euro würde es gehen. Wie funktioniert die Monarcheinsteigerung? Wie lange geht es? Kommt wohin? Ich habe mich verwechselt. Das ist alles echt. Ich verwechselt. Für die Arbeit des Großenheimer, Jugend, für die Abzarbeitung. Für die Nachwurfsarbeit. Für die Nachwurfsarbeit. Hast du schon bisher erklärt, das? Neues Gebot angeben, was natürlich höher sein sollte. Und die Generator betragen muss natürlich in Firmwaren sein. Wir bedanken uns recht herzlich bei beiden Mannschaften. Bei der SG Dinamo Dresden, bei der UN23 von Hertha BSC. Wir bedanken uns bei den Zuschauern. 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 Wir bedanken wir Dresdner. Spätestens dann am 6. August zum Auftakt für die 2. der Bundesliga beim Einstieg gegen den 1. FC Nürnberg. Bis dahin, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg in der Phase der Vorbereitung bei den Mannschaften. Ihnen allen einen schönen und guten Nachhauseweg. Wir bedanken den Namen des großen Fußballvereins für Ihr Kommen. Und für die schöne Veranstaltung. Und gleich sehen wir uns mal wieder. Dankeschön.